ARD Text im Auftrag von Funk Ah da... Ja ok... Boah ich kann... Hä? Ich konnte schon mal... Also ich kann hier hin springen... Ich nehme zwei Mal damit durch... Sehr gut... Einmal müsste es vielleicht überreichen... Ich hoffe das klappt... Der Post ist geil... Ha? Der Post ist so geil... Mit dem Fett... Sorry... Ja ich muss sagen, dass... AFA Orbit, Defeat, Comedy, Comedy und DC heute geschaut... Gegen David halt... Ok... Aber dafür kommt ja Minecraft Season... Und ich habe gesagt... Angeschrieben... Dass wir mehr als 2 Stunden Klunk aufnehmen konnten... Für euch... Also für die Zuschauer... Sehr gut... Da da... Oh mein Gott älter... Ableben... Ableben... Das... Das... Ableben... Warum leckt das jetzt gerade? Keine Ahnung... Bei mir leckt es echt kraftvoll... Keine Ahnung was das war... Ich glaube ich speichere mal... Hast du noch gespeichert auf dem Testwarte? Keine Ahnung... Sollte mal gucken... Weil dann denke ich manchmal auch... Ok... Ich stop mal kurz die Aufnahme... Pause... Bis gleich... Ich stop mal kurz die Aufnahme... Pause genau... Ok... Ich stop sie mal kurz... Bis gleich... So... Da sind wir wieder... Da klunk... Ich häng immer noch fest... Ich hast nichts zu fahren... Ja genau... Falls es eine neue Folge war... Wissen wir jetzt natürlich nicht... Aber irgendwie leckt das voll... Ich weiß nicht genau... Wohin es liegt... Aua... Mann ist ein Satz... Ich hab immer nix getrunken... Alter, aber es geht nix! Alter? Hab man das grad gehört? Ja. Fuck, warte, ich mach nen Tor noch. Dann melde ich mich einmal oben, ne? Soll ich so ne Scheiße. Alter... Boah, ich hab grad irgendwie Lecks... Ich kommigerweise nicht. Mal genau, was du hast. Ja du, du machst ja auch nichts. Und ich spielte, wir spielte, ne? Ja, auch wenn ich mich bewege. Und du dich bewegst, alles flüssig. Ich kann ja mal gucken... ...in Hamachi... ...wie deine Verbindung ist. Das ist eigentlich grün. Was denn? Skiz stellenweise. Ding, ich speicher. Was macht er mit meiner Festplatte? Lol. Lol. Ich brauch noch eine Bombe. Wie du gesagt hast. Ja. Alter... Ich will diesen Kopf haben, ne? Danach mach mal Aufnahmenpause. Boah, Alter, ey, diese Lauferei, ne? Und diese Fallerei, ey, er musste doch schon dreigmal den Kopf gebrochen haben. Kopf gebrochen vor allem. Kann ich die löschen? Was? Wir haben die riesen... ...die Videos. Wir müssen eigentlich schon fertig die Wände rein und so. Oh, Alter. Ich löch dich mal. Mach du. Boah, jetzt bin ich ganz unten! Gut. So. Ach, was denn? Weg ist Folge 7. Wenn Folge 7 jetzt rumspackt, dann... ...war's das. So, jetzt hab ich die Bombe. Gleich bist du wieder frei. Endlich. Komm schon, ey. Gleich bist du bestimmt verfördert wegen nix. Ja. Du stehst in der Grube. Boah, diese Aufzüge, ne? Du bist der Grubenmensch. Du bist der Grubenmensch, ja. Der Maurer. Boah, Alter. Ich komm noch nicht mal auf den Aufzug. Alter, ich krieg gleich schnell zu viel. Jetzt muss ich wieder ganz nach unten. Ich komm nicht auf den Aufzug. Ich hab voll den Leggy noch auf den Aufzug, ey. Komm, ich bin Automan. Hm. Ich will diesen Kopf haben, ey. Ja. Okay, genau. Boah, Alter. Irgendwie ein... Komm schon. Ich will irgendwie auch Clunk Rage bald haben. Oh, ja. Ich bin Bock drauf. So, ich muss kurz auch schnell auf die Seite. Ähm, David meinte... ... und ähm... ... und ähm... ... Leute, wir sind doch oben. Ey, Tio, ey. Ich bin schlagen dafür. Hätten wir Zuschauer, ne? Da wird das voll am Arsch jetzt. Die Aufnahme? Nee, der Post. Dass die... ... mit gewisser Druck nicht kommen. Kannst ja wieder löschen. Muss ich ja auch gerade. Ja, okay. Aber ich befreie dich jetzt gerade. Ja, ich mach das mal kurz schnell. Ich hoffe, ich werfe jetzt richtig. Ja, du bist frei. Der Kevin ist frei. Frei, frei. Ja, ich komm sofort. Und der verbraucht da unten das... ... tolle, äh... ... Resen. Leggies. Vor allem das Thumbnail jetzt da. Da hatte ich mich auch schon gelöst. Ach, David. Geht schnell. Hm... War... ... dass... ... er sie... ... nicht... ... dass er sie... ... heute... ... nicht... ... komm schon. So, der 87 ist jetzt hier gerade alleine auf dem Weg. Bestimmt wird man nur... ... nur nach Zeit befördert. Fuck. Komm schon, Aufzug, ey. Ich warte auf dich. Okay, fertig. Du bist fertig. Ja. Du musst nochmal nach unten. Du musst dir ne Bombe besorgen. Du musst aber ne neue kaufen. Ne Bombe? Ja. Ganz klar. Ich bin gold. Äh... Lecky. Kommst du überhaupt raus? Ja, ne? Müsstest du. Ich bin trotzdem, ja. Ja. Das ist bei dir auch ein bisschen lecks. Ja. Bisschen. Hm, vielleicht... ... weil die Aufnahme zu lange ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann alles sein. Keine Ahnung. Komm, den Kopf holen wir uns noch. Danach fliech. Ich weiß es nicht. Normale Bombe? Ja. Kannst du auch ne andere kaufen, oder was? Ne. Ich habe keine Aufnahme Pause gemacht. Boah, was ich gerade für lag... Ja, ich... ... was ich gerade für lags habe, ne? Ich habe auch jetzt lags. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. Ja. Sehr auf dich wahr. Bestimmt, darf ich nicht auf dem Test, aber... Bestimmt kriegst du dann andere schlägst, oder so. Obwohl, es lag immer noch. So. Moment mal kurz. So, da sind wir wieder. Ich habe die Aufnahme kurz unterbrochen. Wegen der Verbindung. Wir haben ja selber geredet. Ja, genau. Ich habe ja selber geredet die ganze Zeit. Äh... Okay, der Cam hat uns schon mal hier hochgebracht. Das ist sehr gut. Wartest du wieder auf den Wind? Ja. Obwohl da so eine Ebene ist. Die sind bald, die ich nicht gebaut habe. Kommt man da hoch? Weiß ich nicht, ob man da hin kann. Warte. Kann ja so ein bisschen... Warte. Geh ein bisschen runter. Runter. Bring! Ich trau mich das nicht. Haha. Du musst auch. Alter, wie lange das fällt. Ja, ich habe den Kopf. Hä? Ich habe zwei Teile des Kopfes. Ja. Ich habe zwei Teile. Jawohl. Warte mal. Warte mal. Werfen wir den Spalter? Ja? Nein! Nein! Du reißt so voll an Papier! Warte. Ist es runtergefallen? Alter! War das knapp. Was denn? Na, was wirfst du alles hier runter? Na, wo wirst du? Oh, stark. Ich ging fest, ey. Oh, da kommt schon. Was tust du da? Ich falle! Ich falle! Tsch! Fuck! Wir müssen die Statue runterbringen. Komm schon. Ja, zwei. Ja. Zwei Hälften sind das. Voll geil. Alter! Ja. Ne, das sind keine zwei Hälften, oder? Doch! Also muss ich eine nehmen und du auch ein bisschen eine? Ja, aber wir müssen die hier erstmal wieder hochkriegen. Du musst mir mit der hier helfen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Sieht aus wie ein Kopf, nur der ist nur verdoppelt deswegen. Ne, ne, das sind zwei Hälften. Geh weg, ne? Ja. Hast du eine Bombe? Ja. Wie willst du das jetzt machen? Geh weg! Das, das wird nix so. Doch. Nee. Oh, okay. Ich hab doch gesagt, das wird nix! Oh mein Gott. Ich bin ja hier, da spielen wir eigentlich. Ja komm, wir bringen erstmal die andere runter. Ja. Ach, Manu, ich dachte das wird was. Ne. Hab ich dir auch gesagt. Wo ist der Luft oder umhin? Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich glaub wir müssen da nicht mehr hoch. Ich hoffe es zumindest. Ne, da haben wir es so weit geschafft. Ja, wenn es jetzt aktiviert wird, ne? Das wissen wir ja nicht. Alter! Wollen die mich flaxen? Geh doch. Fick dich du scheiß Kopf. Warte, jetzt muss ich den Anlauf nehmen. Tschüss, ich auch nicht mal. Ah, lol. Boah, perfekt. Nicht da lang! Fuck. Und jetzt? Warte, ich hab ne Idee. Ne, das war keine gute Idee. Jetzt kommen wir nicht mal hoch. Okay, man muss mal ein bisschen nachdenken, alter! Ne, vielleicht geht das ja schon. Scheiße. Alter. Warte doch mal ein bisschen ab. Bitte. Nein, ich bin aufgeregt. Nein, komm wieder runter. Alter. Ja. Ich hab die gute Verbindung, hab ich noch ne Viertelstunde. Was hast du? Ich hab die gute Verbindung, nur ne Viertelstunde. Okay. Okay. Jawoll. Nur ein Teil, okay. Luftschiff zum Kauf erhält dich. Jetzt kannst du dich in die Höhe ansiedeln. Finde noch das letzte Teil. Ja, toll. Jetzt können wir Luftschiff kaufen. Juhu! Warte. Luftschiff. Ja! Ja! Und wir können Flaggen kaufen. Juhu! Juhu! Das können wir steuern. Mi, 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 mi. Oh, warte. Kommen wir da durch? Oh, bestimmt ist das Sperriger, das Schiff. Das haben wir ein Problem. Ah! Graben! Graben! Ich falle. Eigentlich brauchen wir das gar nicht, wir müssen nur das andere Teil holen. So, nur so nebenbei. Guck mal, jetzt hätten wir auch Flaggen kaufen können. Und dann da oben... Toi, das ist es da, aber ich hole nicht da hinten. Ist doch egal. Scheiß auf das Luftschiff. Okay, dann hole ich ne Bombe mit. Du hast auch ne Bombe? Nee. Wir brauchen nämlich zwei. Nee, ich glaube wir brauchen Lehmklumpen. Nein! Wir bringen das einfach da durch. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich würde es mit Lehmklumpen machen. Das ist komplizierter, finde ich. Nee. Wir wissen, dass wir hochkriegen auch. Ja, mit Lehmklumpen. Hochschieben. Wo bist du? Hol die bitte ein. Achso. Wird nicht klappen. Okay. Komm, wir beeilen uns. Wofür?